Hallo und willkommen bei Speedy's with Gaming. Heute gibt es eine neue Folge Projet Cars 2. Und zwar fahre ich heute Rallycross wieder mal mit dem Mercedes AMG A45 RX. Fahren wir hier auf Hell RX. Passt doch mit dem RX. So, wir fahren hier gegen 5 Gegner auf 70 und 50 Aggressivität. Ich habe vorhin schon eine Testrunde gedreht und habe es ein bisschen höher eingestellt. Und dann musste ich sagen, dass ich einfach keine Chance habe. Weil ich halt auch nicht so geübt bin, hier im Rallycross zu fahren. So, dann blenden wir hier noch den Rückspiegel ein. Und nehmen hier das Rallycross Setup Standard. Da habe ich nichts daran verändert und dann geht sie direkt los. Das Rallycross ist sehr geil auf diesen Fahrzeugen. Ja, das hat nicht so einen guten Start gehabt. Ja. Der erste Kurve wird jetzt natürlich eng. Da können wir uns ein bisschen vorbeizwängen. Ja. Die Sonne, die hier noch so blendet, sieht sehr geil aus. Ja, aber die Kai davor hängt uns ab. Und die hinten werden uns vielleicht später überholen. Oder auch gleich der hinten dran. Ja. 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 Da gedaan! Das war's für heute. Aber er will gar nicht locker lassen, ich weiss nicht, ich drifte viel in den Kurven, ich gehe jetzt mal hier im Joker um dich, ich drifte auch viel, ah shit, ja, geht noch, und dadurch flieh ich auch eine Zeit, aber sonst komme ich fast gar nicht um die Kurven, wenn er nicht im Drift. Boah, Scheisse. Jetzt sind wir noch auf Platz 3. Aber der Reifenverschleisch ist hier sicher hoch bei mir, bei meinem Fahrstil. So, jetzt muss der hier der Joker unten, den können wir jetzt natürlich unterbrochen. Ja, wunderbar. Jetzt hier wird Platz 2. Uh, aber da kommt uns einer schon wieder hinten nach. Ja, jetzt merke ich langsam, hinten links habe ich nicht mehr so wirklich die Ripp. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Hier probieren, dass er mich nicht überholt. Ja. Jawohl, als zweites Ziel. Aber ich muss sagen, das war jetzt wirklich ein Kampf gewesen. Trotzdem, dass hier die KI nur auf 70 steht, ist sie hier wirklich sehr gut unterwegs. Oder ich kann einfach nicht gut Rallycross fahren. Aber, äh, habe ich eigentlich auch nicht das Gefühl. Gut, ich tue jetzt dann noch die Wiederholung aufnehmen und speichern. Und dann würde ich sagen, ist das gewesen. Und man sieht sich bei der nächsten Folge Project Cars 2. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Tschau.